Sind Sie schon mal einem Menschen begegnet, den Sie meinten, bereits ihr Leben lang zu kennen? Ich erinnere mich an dich. Wie heißt du eigentlich? Relativität besagt, dass Zukunft und Vergangenheit die gleiche Gültigkeit für die Gegenwart haben. Aber... Ja, wo ist sie denn? Hattest du schon mal ein Déjà-vu? Bist du bescheuert? Hör auf damit. Das ist verrückt, verrückt, verrückt! Warum? Hörst du Angst? Weil ich so bin nicht mehr. Dann kann ich am besten gar nicht erst an dich zu mögen, oder? Ich muss nur einmal schnipsen. Dann hört's auf. Da bist du ja schon das zweite Mal, dass du mich gerettet hast. Du wirkst nicht so, als ob du gerettet werden willst. Kennst du Schmerzen, für die sich keine physische Ursache finden lässt? Alles, was du gemacht hast, hat dich hierher geführt. Warum erinnern wir Menschen uns an die Vergangenheit, aber nicht an die Zukunft? Was? Ich hab auch Angst. Ah! Ah! Nein! 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 Mein Ende ist ein Anfang. Wie ist das für immer? Alle das istache, aber es ist ein Weiniger. Alles ist Reine.